Die handgezeichneten Stadtkarten von Discovery Points of Interest sind ein echter Hingucker und werden von Touristen wie Einheimischen gerne angenommen. Auf den Karten sind natürlich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt, also die Points of Interest, zu finden. Franchise-Nehmer, die sich dem Unternehmen nun auch im deutschsprachigen Raum anschließen können, sorgen für Anzeigebuchungen auf den Karten und verteilen sie an Touristeninformationen, Hotels, Restaurants, Museen und ähnlichen Standorten. Discovery Points of Interest legt Wert auf eine faire und langfristige Franchise-Partnerschaft. Der Start in die Selbstständigkeit kann bei diesem System auch aus dem Homeoffice herausgeschehen. Klingt spannend? Dann klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie mehr!